Nachdem ich ja schon viele verschiedene 120 mm Lüfter ausführlich getestet habe, kommt heute mein super Test für die 140 mm Lüfter. Und ich habe für den Anfang erstmal 8 verschiedene 140 mm Lüfter getestet. Einmal in der Konfiguration als Gehäuselüfter und einmal am Radiator und zeige euch heute, welcher von diesen 8 Lüftern der beste ist. Wir haben verschiedene Hersteller hier mit dabei, Lüfter von Arctic, Corsair, Noctua, Alpenfön, Fantex und Xilence. Und ja, wir schauen uns jetzt einmal an, welcher Lüfter denn am besten performt und welchen man sich dementsprechend auch am besten kaufen sollte. Bei CDK-Deals findest du nicht nur günstige Game Keys, sondern auch Keys für Microsoft-Produkte wie Office oder Windows. Solltest du für deinen Gaming-PC noch einen Windows 10 oder 11 Key brauchen, dann schau am besten bei CDK-Deals vorbei, denn mit meinem exklusiven Code GHD20 sparst du 30% auf deinen Einkauf. Damit kostet dich an Windows 10 Pro Key gerade mal 14 Euro. Und mit dem lässt sich sogar auch Windows 11 aktivieren oder darauf upgraden. Sicher bezahlen kannst du unter anderem mit Paypal und nach deiner Bezahlung solltest du innerhalb von 5 Minuten Zugriff auf deinen Windows Key über dein Benutzerkonto erhalten. Ich selbst habe auch schon mehrfach Keys bei CDK-Deals gekauft und diese ließen sich anschließend immer ohne Probleme in den Windows-Einstellungen aktivieren. Links zu CDK-Deals findest du in der Videobeschreibung. Alle Lüfter, die ich hier jetzt getestet habe in dem 140mm Supertest, findest du auch nochmal in der Geizheitswunschliste unten in der Videobeschreibung. Also da kannst du sonst auch nochmal nachschauen, wenn dich das genau interessiert, welche Modelle das dann jetzt exakt waren, die ich hier getestet habe. Ein weiterer Lüfter ist jetzt auch noch spontan dazu gekommen, sodass wir neun Lüfter insgesamt im Test haben. Einmal den BeQuiet Silent Wing 3 PWM. Der Lüfter dreht mit maximal 1600 RPM, hat kein RGB, allerdings dafür an den Montagestellen eine Gummibeschichtung, sodass die Vibrationen, die zwischen Lüfter und Gehäuse übermittelt werden, reduziert werden und dementsprechend auch die Lautstärke. Er verfügt über einen 4-Pin-PWM-Anschluss und dieser Lüfter kostet einzeln ungefähr 19 Euro aktuell. Außerdem von BeQuiet mit dabei ist der Lightwing PWM 140mm. Der dreht mit maximal 1500 RPM, hat einen 3-Pin-ARGB-Anschluss neben dem normalen 4-Pin-PWM. Also es handelt sich um einen RGB-Lüfter. Die Farben können auch individuell übers Mainboard oder über Software gesteuert werden. Und auch dieser Lüfter hat Vibrationsdämpfer an den Montagestellen. Preislich liegt der BeQuiet Lightwing bei knapp über 20 Euro. Außerdem mit dabei der Arctic P14 PWM 140mm. Dieser Lüfter dreht mit maximal 1700 RPM und ist einer der günstigsten 140mm Lüfter auf dem Markt mit gerade mal etwas über 6 Euro. Die RGB-Version dieses Lüfters habe ich auch mitgetestet, also der Arctic P14 PWM PSTA RGB. Dieser dreht mit bis zu 1900 RPM und kostet normalerweise so um die 16 Euro. Aktuell ist er für 26 Euro mindestens lieferbar. Allerdings sollte der Preis sich eigentlich auch bald wieder einpendeln. Und dieser Lüfter hat auch Vibrationsdämpfer an den Montagestellen. Dann habe ich von Noctua den NF-A14 PWM getestet in der 140mm Variante. Ja, auch ein sehr beliebter 140mm Lüfter, der mit bis zu 1500 RPM dreht. Ohne RGB, aber auch mit Vibrationsdämpfern. Und Noctua legt auch einiges an Zubehör bei seinem Lüfter mit dabei. Beispielsweise ein Y-Kabel und ein Noise Reductor, also ein Kabel, was die Drehzahl reduziert. Und auch ein Verlängerungskabel für das relativ kurze 4-Pin PWM-Kabel ist mit dabei. Der Noctua NF-A14 PWM kostet um die 22 Euro. Die Marke Corsair darf bei Lüfter natürlich auch nicht fehlen. Deswegen habe ich den ML-140 Premium Magnetic Leviation Fan mitgetestet, den ich auch in der 120mm Variante schon getestet habe. Dieser Lüfter dreht nur bis zu 2000 RPM, hat allerdings keine Vibrationsdämpfer an den Montagestellen. Ist also eher so ein Basic-Lüfter ohne viele extra Features. Kostet dabei knapp 16 Euro im Moment. Außerdem mit dabei ist auch der Fantex PH-F140MP V2. Dieser Lüfter kostet knapp 13 Euro, dreht auch mit bis zu 2000 RPM, hat auch Vibrationsdämpfer an den Montagestellen und ansonsten im Lieferumfang auch nochmal ein Verlängerungskabel mit dabei. Da auch hier das Lüfterkabel, was direkt am Lüfter dran ist, relativ kurz ist. Dann kommt noch ein weiterer RGB-Lüfter mit dazu, nämlich der Alpenfön Wing Boost 3 ARGB. Dieser Lüfter dreht mit bis zu 1500 RPM, hat auch Vibrationsdämpfer an den Montagestellen und es ist wie gesagt ein RGB-Lüfter, der auch wieder per Software digital gesteuert werden kann über den 3-Win-A-RGB-Anschluss. Und dieser Lüfter kostet derzeit ungefähr 23 Euro. Und zu guter Letzt habe ich mir dann noch den günstigsten 140mm-Lüfter geschnappt, den es überhaupt gibt, zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich die Lüfter gekauft habe. Der Xilence Performance C XF051. Dieser Lüfter dreht mit bis zu 1500 RPM, hat kein RGB, ansonsten auch keinen weiteren Schnickschnack oder Zubehör, keine Vibrationsdämpfer und kostet gerade mal knapp über 4 Euro. Also wirklich extrem günstig dieser Lüfter von Xilence. Mal gucken, wie er dann im Test performt. Ich habe das Testprozedere im Vergleich zum 120mm-Lüfter-Super-Test nochmal etwas verbessert, sodass ich jeden Lüfter jetzt von 600 RPM bis zur Maximaldrehzahl getestet habe, was die Lautstärke angeht, sodass wir uns gleich schön alle Lüfter im Graphen im Vergleich anschauen können. Das habe ich einmal für den Einsatz als Gehäuse-Lüfter und einmal für den Einsatz am Radiator gemacht. Dann habe ich nochmal jeweils zwei der getesteten Lüfter, also ich habe jeden Lüfter doppelt da gehabt, an einer 280mm Wasserkühlung getestet. An der Arctic Liquid Freezer 2, 280mm Variante, um einfach mal einen Praxistest zu haben, wie die Lüfter denn dann unter CPU-Last performen, wie sie es schaffen, in Verbindung mit dieser Wasserkühlung die CPU, meinen Intel Core i7-12700KF, runterzukühlen. Schon beim Test als Gehäuse-Lüfter sehen wir, dass die verschiedenen Lüfter extrem unterschiedlich performen. Also es macht tatsächlich teilweise einen riesigen Unterschied, zu welchem 140mm-Lüfter man greift. Bei 600 bis 700 RPM macht es noch keinen großen Unterschied. Unter 5 Dezibel über dem Ambient Noise-P gehört man eigentlich so gut wie gar nichts von den Lüftern. Aber dann trennt sich sehr stark schon die Spreu von Weizen. Durchweg der leiseste Lüfter bei mir war, ähnlich wie schon bei den 120mm-Lüftern, der Arctic P12 PWM PST ARGB. Durchweg ist das hier der leiseste Lüfter. Erst bei 1100 RPM übersteigt dieser Lüfter die 5 Dezibel Marke, also wirklich extrem gut. Den kann man fast komplett geräuschlos immer noch bei über 1000 RPM laufen lassen. Und selbst bei einer relativ hohen Drehzahl von dann irgendwann 1600, 1700 RPM, ist der Lüfter noch deutlich, deutlich leiser als die Konkurrenzmodelle. Auch ziemlich gut abgeschnitten haben dann die Be Quiet Light Wings, die nur etwas lauter sind als der Arctic P14 in der RGB-Variante und der Arctic P14 in der Nicht-RGB-Version, liegt quasi gleich auf mit den Be Quiet Light Wings, wird dann lediglich zum Ende minimal lauter. Dann tummeln sich die meisten anderen Lüfter in einem eigentlich ja schon relativ schlechten Bereich, wenn man das vor allem mit dem Arctic P14 RGB vergleicht, aber auch im Vergleich zu den Be Quiet Light Wings und dem normalen Arctic P14. Die Lüfter erreichen dann die 5 Dezibel Marke schon bei etwas über 800 RPM. Und bei 1100 RPM, wo der Arctic P14 RGB ja gerade noch bei 5 Dezibel über dem MB-Noise-Pegel liegt, liegen dann die meisten anderen Lüfter hier im Test schon bei ungefähr 9 Dezibel über dem MB-Noise-Pegel, bei 1600 bis 1700 RPM. Wenn die Lüfter so hoch drehen, geht es dann schon in Richtung 20 Dezibel, was schon wirklich sehr, sehr laut ist. Am schlechtesten abgeschnitten hat tatsächlich hier auch der billigste Lüfter, der Xilence XPF 100R PWM. Der war durchweg bis auf eine Ausnahme bei 700 RPM der lauteste Lüfter und von dem würde ich tatsächlich abraten hier, bestätigt sich dann tatsächlich mal der Spruch, man bekommt, was man bezahlt. Bei welchem Lüfter sich das nicht bestätigt, ist beim Arctic P14 PWM der Lila Negraf hier im Diagramm, denn der kostet ja auch nur um die 6 Euro, schneidet dafür aber wirklich sehr, sehr gut ab. Nutzt man die Lüfter an einem Radiator, ändert sich das Ergebnis etwas, aber insgesamt ist es relativ gut vergleichbar mit den Lautstärken beim Einsatz als Gehäuse-Lüfter. Bei sehr niedrigen Drehzahlen von 600 bis 800 RPM ist hier immer noch der Arctic P14 RGB der leiseste Lüfter. Dann steigt die Lautstärke bei dem aber etwas stärker an als bei den Be Quiet Light Wings und zwischen 800 und 1500 RPM sind dann tatsächlich die Be Quiet Light Wings hier die leisesten Lüfter, wenn man sie halt an einem Radiator betreibt. Insgesamt liegt dann von 800 bis 1700 RPM der Arctic P14 RGB mit dem normalen Arctic P14 ziemlich genau gleich auf, aber es bleibt halt so wie bei den Gehäuse-Lüftern. Insgesamt sind die Be Quiet Light Wings und die beiden Arctic P14 Varianten hier mit Abstand die leisesten Lüfter, vor allem bei höheren Drehzahlen. Hat man niedrige Drehzahlen, schneidet auch noch der Be Quiet Silent Wing 3 relativ gut ab, sodass er insgesamt hier auf dem vierten Platz landet, aber auch der ist halt einfach schon deutlich lauter als die Be Quiet Light Wings und alle anderen Lüfter schneiden tatsächlich hier deutlich schlechter ab und sind durchweg deutlich lauter als die Top 4 hier im Vergleich. Der insgesamt lauteste Lüfter ist wieder der X-Silence Lüfter, allerdings hier mehr oder weniger jetzt gleich auf mit dem Corsair ML140. Nutzt man immer jeweils zwei der getesteten Lüfter an einem Radiator, dann erhält man eigentlich ein ähnliches Ergebnis wie bei dem Graphen für die Radiator-Lautstärke. Ich habe hier jetzt eine feste Drehzahl von 1200 RPM gewählt, was relativ praxisnah ist für so einen Radiator-Betrieb, wenn man auch Last auf die CPU gibt und auch ein bisschen Kühl-Performance gefordert wird, man aber gleichzeitig noch einen einigermaßen leisen Betrieb haben möchte. Und hier sehen wir, dass wie erwartet die Be Quiet Light Wings am besten abschneiden mit 6,8 Dezibel über dem Ambient-Noise-Pegel und danach dann eben die beiden Arctic-Varianten und der Be Quiet Silent Wing 3 folgen, die dann schon um die 10 Dezibel teilweise erreichen. Dann kommt ein relativ großer Abstand zum Alpenfön Wing Boost 3 und dem Fantex PH-F140 MP mit ungefähr 14 Dezibel über dem Ambient-Noise-Pegel und beim Corsair ML140, Noctur NF-A14 und dem X-Silence Lüfter wird es dann schon wirklich sehr laut mit über 16 Dezibel über dem Ambient-Noise-Pegel. Die Temperatur war bei allen Lüftern tatsächlich relativ ähnlich, also es hat keinen wirklich großen Unterschied gemacht, welchen Lüfter man hier als Radiator-Lüfter benutzt. Bei allen getesteten Lüftern lag die Temperatur der CPU und beim M-Scene Benchmark bei 62 bis 64 Grad, also da würde ich tatsächlich nicht zu viel rein interpretieren, denn so ein bis zwei Grad Unterschied müssen nicht an tatsächlich den unterschiedlichen Lüftern liegen, sondern kann auch einfach die normale Varianz bei so einem Testverfahren sein. Insgesamt zeigt dieser Test aber, dass lediglich ein paar der 140mm Lüfter wirklich Sinn machen, sich diese zu kaufen. Wenn man Geld sparen will, dann ist immer noch der normale Arctic P14, wie auch bei den 120mm Lüftern der normale Arctic P12 mit Abstand. Die beste Wahl, dieser Lüfter kostet nur etwas mehr als 6 Euro und schneidet insgesamt am drittbesten hier bei mir im Test ab. Der noch günstigere X-Scene-Lüfter ist überhaupt nicht empfehlenswert, das ist mit der lauteste hier im Test und auch noch vergleichbar damit von der Ausstattung des Lüfters ist ja beispielsweise der Corsair ML140, der ja auch keine Extras irgendwie dabei hat, kein RGB, aber tatsächlich mehr als das Doppelte, als der Arctic P14 kostet und der Corsair ML140 kann mit dem halt einfach nicht mithalten, der ist auch deutlich lauter. Wenn man RGB möchte, dann muss man tatsächlich schon ein bisschen mehr ausgeben. Im Moment ist ja der Arctic P14 ARGB, der ja eigentlich hier zusammen mit dem Be Quiet Light Wings eigentlich der Testsieger bei mir hier ist, relativ teuer. Normalerweise sollte man den auch so um die 16 Euro bekommen, aktuell liegt er aber eben bei 27. Deswegen muss man hier tatsächlich auch relativ tief in die Tasche greifen aktuell, aber den Lüfter gibt es auch als Dreierpack und im Dreierpack zahlt man dann nicht 27 Euro pro Lüfter, also da könnte es sich dann trotzdem lohnen, zu dem Arctic P14 PWM ARGB zu greifen. Ansonsten ist, wie gesagt, der Be Quiet Light Wing auch ein Blickwert, wenn man RGB-Lüfter haben möchte. Der ist mit etwas über 20 Euro auch noch relativ teuer, aber war insgesamt der beste Lüfter am Radiator. Der Noctua NF-A14, von dem ich eigentlich wirklich viel erwartet hätte, weil Noctua dafür bekannt ist, dass sie sehr gute Lüfter bauen, der tatsächlich auch nicht wirklich gut abgeschnitten lag. Meistens so hier in dem Bereich, wo sich dann die eher schlechteren Lüfter insgesamt so getummelt haben, war nie der schlechteste, aber auch dann im Cinebench Benchmark konnte er nicht überzeugen, sodass er irgendwie die CPU stärker runtergekühlt hätte als andere Lüfter und mit über 20 Euro ist er halt auch ziemlich teuer. Also auch vom Noctua NF-A14 würde ich hier abraten. Insgesamt ist meine Empfehlung dann tatsächlich, wenn du kein RGB möchtest, der Arctic P14, denn das ist der zweitgünstigste Lüfter bei mir im Test, aber insgesamt der drittbeste, also der, der am drittbesten abgeschnitten hat und mit knapp über 6 Euro ist der vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach nicht zu schlagen. Wenn man RGB möchte als Gehäuse-Lüfter, dann würde ich auf jeden Fall zu den Arctic P14 ARGB greifen, wenn man die zu einem vernünftigen Preis bekommt. Aktuell für 27 Euro ist das aus meiner Sicht zu teuer für einen Lüfter, aber wenn man die wieder für vielleicht um die 16 bekommt oder sich das 3er-Pack kauft, sieht das schon anders aus. Wenn man Lüfter am Radiator betreiben will, dann wären hier tatsächlich die Be Quiet Light Wings die beste Wahl und die befinden sich ja in einem relativ ähnlichen Preisniveau wie die Arctic P14 ARGB, also die Be Quiet Light Wings auch wirklich sehr empfehlenswerte Lüfter. Von den restlichen würde ich dann tatsächlich eher abraten, weil die teilweise auch deutlich lauter waren. Da würde ich tatsächlich eins von den drei Modellen nehmen, die hier auch die Top-3-Plätze bei mir belegt haben, weil der Abstand danach zu den restlichen Lüftern halt schon relativ groß war. Was sagt ihr zu dem Lüfter-Test hier von mir, dem Super-Test von den 120-mm-Lüftern? Habt ihr noch weitere Fragen oder Anmerkungen dazu? Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Könnt ihr auch gerne Vorschläge reinschreiben, welche Lüfter ich noch testen soll, denn da werden mit Sicherheit in der nächsten Zeit auch noch einige andere Modelle irgendwann dazukommen. Da bin ich gespannt, ob dann ein anderer Lüfter tatsächlich in der Lage ist, es mit den Top-3 hier aus dem Test aufzunehmen. Ihr findet nochmal die Links zu den getesteten Lüftern, die Geizheitswunschliste mit allen Lüftern, die ich hier getestet habe, in der Videobeschreibung. Und ansonsten war es das jetzt von mir. Ich bin raus, haut rein!